Da, die Geschwisterchen. Ja, und jetzt wird es interessant. Denn hier kommen jetzt die Stockentenjungen. Da düst eins. Schön. Und das ganze Geschwader weg. Na, wo ist der kleine schmutzige Vogel? Da ist er. Gott sei Dank hat er es geschafft. Tja, das war gerade ein Angriffspunkt gewesen für einen Raubvogel. Der hätte ihn sich in den Stadion schnappen können. Er hat sehr viel Glück gehabt. Ah, da ist unser kleiner Unglücksraber an vorderster Stelle. Ganz schmuddelig. Ah, mein Kerl. Da kommen deine Kinder nicht hoch. Ja, hier die Stockentenjungen wieder. Ja, überall die Kinderstuben jetzt auf dem Weiher. Das ist wunderbar. schönste Zeit ist die Zeit, wenn sie ihre Jungen führen. Ja, die passen schön auf. Naja, mein Stativ ist ein bisschen wackelig. Deshalb immer diese Rucken drin. Mhm.